RFQ – Renz for Quality Aus der Praxis, für die Praxis. Hinter diesem Qualitätsanspruch steht RFQ Medizintechnik seit der Gründung im Jahre 1949. Das Bestreben des Firmengründers, den Namen Renz zu einem medizintechnischen Markenbegriff werden zu lassen, für eine über der Norm liegenden Qualität. Mit Firmensitz in Tuttlingen, dem Zentrum für Medizintechnik, operieren wir weltweit und pflegen unsere partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Australien. Mechanik und Feinmechanik haben in Tuttlingen eine lange Tradition. Beste Voraussetzungen für medizintechnische Produkte höchster Präzision, Funktion und Qualität. Mit über 60 Jahren Erfahrung sind wir heute spezialisierte Hersteller und Anbieter von Spitzenprodukten in vielen Bereichen der fortschrittlichen Medizintechnik. Unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten, ist unsere Aufgabe. Kundenzufriedenheit von der Anfrage über das Angebot weit über die Auslieferung hinaus hat stets höchste Priorität. Dafür erweitern wir ständig unseren Kundenservice und verbessern kontinuierlich unsere Strukturen. So können alle nationalen und internationalen Märkte komplett und umfassend mit unseren Produkten und Leistungen versorgt werden. Der Anspruch unserer Kunden lässt sich nur durch permanentes Innovationsstreben, schnelle Abwicklungsprozesse, ein hohes Maß an Flexibilität und garantierte Sicherheit unserer qualitätsgeprüften Produkte verwirklichen. RFQ-Produkte stehen für Präzision, Langlebigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und beste Qualität. RFQ – Rents for Quality